Hallo, Robben. Faltest du hier, Bro. Tag 5 Meter fähig nein meiner Meinung nach nicht. Die ist okay die Waffe aber nicht meter fähig. Im 16 Met ist Meter mit Abstand das kleines Problem mit dem Wetterinsatz glaubt mir wenn es ein Wetterinsatz gäbe würde ich hier den ganzen Tag sitzen 12 Stunden am Tag bis die Challenge fertig wäre trust me also M16 also momentan ist die absolute Meter M16 M16 auf short range gebaut also M16 SMG SMG 16 AR dann kommt APK Fennek Wasnef und dann kommt der Rest Der Mann verzieht keine Miene während er das sagt. Na warum denn aber auch? Moin Nego Bezogen auf die M16 kann man dich auch für Geburtstage buchen. Wer bist du denn Knilch? Geh weg von meiner Festung Du Knilch. Das ist mein Thron hier. On your place. Und dann kommen Leute zu mir und sagen Rutsch ist nicht geil Digga. Rutsch ist so geil. Kann man auch zu allem essen. Wer streamst du heute? Vielleicht 3 vielleicht 5 fällt aber auch 6 Kann ich den Nachtrag uns zeigen Tommi? Tschau Lukas wehren uns. Ich wünsche dir was. Pass auf beim trinken. Ich wünsche dir was. Pass auf beim trinken. Ich wünsche dir was. Pass auf beim trinken. Natürlich habe ich M16 geschafft. M16 ist dann ab sofort Meta. Rhykes geprüft. Für später Mark wir hören uns. Achso muss leider noch Arbeit M16 im ersten Lauf geschafft. Nein leider nicht im ersten Lauf geschafft Mark. War der 20 oder so. Keine Sorge. Was dumme Frage. Kriegst du keine Probleme mit Astro wenn ich mit HyperX Cloud spiele? Mach ich mit dem Sticker? Nein. Was soll ich denn Probleme damit bekommen? One F. Digga die AKU ist geistesgestört. Die ist richtig geil. Die bockt richtig. Na aber für die bockt das kann ja nicht sein. Womit habe ich das denn verdient? Ist das geil. One F. Grüß dich. Ich hab ja genau. Ich hasse die AKU vom Boden. Stimmt. Ja genau. Ich hab wirklich. Also die AKU vom Boden habe ich gehasst ne. Deswegen. Also ich hätte niemals gedacht das so gut ist. Pass Sheet Break. Ja cool ist geil Mann. Mach Bock. Nein hört auf. Hört doch auf. Hallo. Hey. Hey. Die feindlichen Fährtenlaser haben euch verloren. Oh mein Denkai. Grüße an alle die am Start sind. Grüße, Grüße, Grüße an alle die am Start sind. Ich hoffe ich kann euch euren Freitag ein klein wenig versüßen mit bisschen Unterhaltung. Schau. Die Cam an das nicht. Digga. Wompier. Die. 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 Die Liebe die wir brauchen. Gästen. Moin Reutzheim. Schüss ich momentan für Waffen. Alle. Moin denne. Ich weiss nicht was gelöscht wurde. Was wurde denn gelöscht? Matze. Achso. Wegen dem, wahrscheinlich wegen dem Schwul. Komisch. Warum, eigentlich ist er der Bot dass nicht heimauten. Na ja. Bis dein Herz. Danke für die lieben Nachricht. Was vielleicht bei dir im Rap, den ich checke, ist irgendwie, dass ihr so klasse viele Subs habt und wo sind ganz Zuschauer gekauft. Ne, keine Ahnung. Ist ja auch nicht selbstverständlich so viele Subs zu haben. Ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen. Ich habe gar keinen Bock den zu fighten glaube ich. Ich glaube ich dort schon fight. Weil er campte echt eklig. Moin Tom, wie sind die Schlimm, Max? Egal ob Sub oder nicht Sub, ist genauso, willkommen hier auf dem Kanal wie jeder andere auch. Das ist doch ein geiles Gefühl Slacks oder? Grüß die Slacks. Burg und Kalle, danke für die Verlust. Fuck. Und es geschieht. Buggert an der Runde nur Camper, ich geh halt gerade auch dazu, aber ich will die abcampen mir. Scheiß drauf. Sven, danke für den verständlichen Sub an Max. Sven grüß dich erstmal. Und Chat, alle die am Start sind, gerne etwas Liebe lassen. Für Sven, für Sven und für Max. Max auf jeden Fall Liebe lassen, bedanken, Bomben da lassen. Dankeschön. Wir verschenken Sub. Habe ich deinen Arsch. Ist mir die ganze Runde schon einmal im Sack. Und Kille, Mäla. Was meinst du komischieren? Achso, das Geld behältst du. Und du bist zurückgeberwiesen, wenn ihr gleichzeitig einen Sub verschenkt habt. Mäla. 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 Es ist seitdem ihr gegönnt ist Wochenende. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Ich hab gefuckt von einem 16 auf gar keinen Fall. Ein 16 ist Winter, aber mit einer der besten Waffen im Spiel. Jetzt wir werden wieder あpassen. Du bist voll fancy. n legen. Herzüst. 一个 SS chipfolge. Öfterf Maxwell. ok, par also Er wird der Aufklärungsüberflug. Nur noch 5 übrig. Er schafft das. Keine Muni mehr. Ich habe keine Muni. Ich habe nur Muni für einen. Töte euch gegenseitig bitte. Ich habe keine Muni für euch beide. Boom! Twenty Bomb! AKU First Try Digga! Die AKU war viel besser als man gedacht hätte. Gedächt hatte.